Viele Leute erzählen immer, dass es total einfach ist, Online-Geld zu verdienen. In den meisten Fällen ist das Ganze natürlich total unseriös und in vielen Fällen sogar illegal. Deswegen gibt es hier heute mal drei Wege, wie man es schaffen kann, legal und seriös Online-Geld zu verdienen. Viel Spaß dabei! Geld verdienen mit Online-Umfragen. Und zwar, das Ganze geht schnell und unkompliziert. Keine weiteren Kenntnisse sind nötig, nur der Anleitung auf der Website folgen. Du hast eine sichere Auszahlung, beispielsweise über Paypal oder direkt auf das Privatkonto. Oder du kannst dir das in Gutschein auszahlen lassen. Es ist für Anfänger geeignet. Allerdings sage ich direkt, hiermit wirst du mit Sicherheit nicht reich, sondern es ist eher nur ein Nebenverdienst für die Freizeit. Und du hast beispielsweise die Möglichkeit, bis zu 70 Euro pro Woche zu verdienen. Ich zeige dir jetzt mal ein paar Webseiten, mit denen das Ganze funktioniert. Wenn man hier bei Google einfach mal Online-Umfrage eingibt, dann kommen hier verschiedene Portale zum Vorschein. Bestbezahlte Umfrage, 70 Euro die Woche, 30 Euro pro Test. Gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dieses Video ist Teil des Kurses Online-Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung. Ich habe mal zwei rausgesucht und zwar empfohlen.de. Hier kannst du bis zu 50 Euro pro Auftrag verdienen und es gibt hier über 1,5 Millionen Mitglieder in Deutschland. Das Ganze kannst du mit Google oder deiner E-Mail machen. Was wir noch hier haben, ist gutbezahlte Umfragen.de. Hier kannst du bis zu 70 Euro in deiner Freizeit verdienen. Hier kannst du dich einfach anmelden und ja, es ist eigentlich so simpel. Muss ich jetzt gar nicht näher zeigen, weil du einfach dich anmeldest und dann die Umfragen ausfüllst und dann das abschickst. Wichtig ist hierbei noch zu sagen, es kommt ganz stark auf deine Daten an. Wenn du zum Beispiel ein 17-jähriges Mädchen bist, dann wirst du beispielsweise Umfragen für Douglas ausfüllen, weil die sich eben für solche Kunden interessieren. Wenn du jetzt ein 40-jähriger, technikinteressierter Mann bist, dann wirst du Umfragen für Mediamarkt beispielsweise ausfüllen. Es kommt ganz auf dich an und je nachdem erhältst du dann Umfragen für Unternehmen. Ja, das Ganze dient der Marktrecherche. Also die Unternehmen wollen wissen, was wollen die Kunden und somit erhöht sich deren Profit. Online-Geld verdienen mit Instagram. Instagram bietet vielefältige Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen. Du kannst zum Beispiel neue Kunden für deine Produkte gewinnen, falls du Produkte hast, wie zum Beispiel digitale Produkte, wie ein E-Book, ein Video-Kurs etc. Du kannst Produkte bewerben, wenn du keine anderen Produkte hast, zum Beispiel durch Product Placement. Dabei, bei diesem Product Placement ist die Besonderheit, da kommen Firmen auf dich zu und schicken dir ihre Produkte, die du dann bewirbst und du erhältst dafür auch noch Geld, allein dadurch, dass du sie zeigst. Du musst gar nicht unbedingt was verkaufen. Das ist allerdings nur für eher Fortgeschrittene geeignet, weil wenn du gerade am Anfang bist, dann hast du wahrscheinlich noch nicht eine hohe Reichweite. Und je höher deine Reichweite ist, desto höher ist die Chance, dass Firmen auf dich zukommen und sagen, hier, wir haben ein Produkt, zeig das mal deine Zielgruppe, damit wir mehr verkaufen. Du kannst das Ganze, wenn du eher Anfänger bist, mit Affiliate-Marketing sehr gut verknüpfen. Das heißt, du kannst eigene Produkte, beziehungsweise auch fremde Produkte, aber auch eigene Produkte bewerben und dann hältst du nicht nur, beziehungsweise du hältst kein Geld dafür, dass du sie nur zeigst, sondern du hältst dann Geld dafür, wenn dann diese beworbenen Produkte auch verkauft werden. Weil wenn du genau wissen willst, wie du es schaffen kannst, mit Instagram Geld zu verdienen, dann kann ich dir Gramster empfehlen. Das ist ein brandneues Programm, das dir zeigt, wie du es schaffen kannst, neue Kunden zu erhalten, Provisionen zu erhalten, Produkte zu verkaufen und bei dem Ganzen musst du nicht mal dein Gesicht zeigen. Das Ganze ist brandneu, wie gesagt, und kostet nur 17 Euro. Wenn du über den Link in meiner Beschreibung das Programm kaufst, dann unterstützt du mich, das wäre sehr nett, denn dann kann ich weitere Gratis-Videos zum Thema Geld verdient für dich erstellen. Und sind wir mal ehrlich, ob du jetzt 17 Euro für den nächsten unnötigen Fastfood-Besuch oder das 10.000-T-Shirt ausgibst, ist es deutlich sinnvoller, diese 17 Euro mal in diesen Kurs zu investieren, es mal zu probieren und in Zukunft online mit Instagram Geld zu verdienen. Wie gesagt, du unterstützt mich damit. Vielen Dank. Beispielsweise durch einen Link, wo wir gleich beim nächsten Punkt wären, und zwar Instagram mit Amazon verknüpfen. Auf Amazon sind wir ja hier schon eingegangen und ich werde dir gleich auch anhand meines Instagram-Profils mal zeigen, wie das aussieht, wenn man Instagram mit Amazon verknüpft. Und die Interaktion mit der Zielgruppe ist ebenfalls möglich, das heißt, du kannst Fragen stellen, deine Zielgruppe mithilfe von Stories, zum Beispiel nach bestimmten Themen ausfragen, was möchtet ihr lieber, dieses Produkt, das Produkt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und dementsprechend kannst du ganz klar deine Zielgruppe kennenlernen. Du kannst neue Leute auf deine Homepage, deinen Blog schicken. Hier haben wir wieder den Punkt der Verknüpfung, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Homepage oder einen Blog hast, kannst du die Besucherzahl dort steigern, indem du Leute von Instagram dahin schickst. Das heißt, du kannst sehr, sehr viele Sachen miteinander verknüpfen. Und ich zeige dir jetzt mal live, wie ich das meine und wie ich das auch mache. So, wir sind jetzt hier auf meinem Instagram-Profil für Fitness. Hier habe ich knapp 1200 Follower. Und was ich meinte mit Amazon verknüpfen, ich habe hier direkt einen Link reingepostet. Und wenn man da draufklickt, kommt man, wie gesagt, direkt auf Amazon. Wenn man das dann hier verkauft, dann hatte ich ja schon im anderen Modul angesprochen, erhält man direkt Provision etc. Und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eben Instagram zu verbinden. Was ich hier noch gemacht habe, ich habe hier ein Protein, was ich dann beworben habe. Und wenn man dann da draufklickt und das kauft, dann erhalte ich ebenfalls eine Provision. Der Vorteil hier ist wieder, bei diesem Amazon-Link handelt sich ebenfalls um einen Affiliate-Link bzw. einen Amazon-Partner-Link. Und wenn die Leute jetzt über mein Profil einfach mal auf Amazon kommen, aber jetzt gar nicht das Buch kaufen, sondern irgendwas anderes, zum Beispiel jetzt noch irgendein, ich gehe mal auf alle Kategorien, irgendein Bluetooth-Lautsprecher beispielsweise, Bluetooth-Kopfhörer. Und sie dann beispielsweise diesen hier sich kaufen würden. Da würde ich dadurch, nur dass ich sie da draufgeschickt habe, die neuen Kunden, würde ich dadurch auch profitieren. Also es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und man braucht auch, wie gesagt, nicht viele Follower am Anfang. Und wenn man das rein zur Kundenakquise quasi nutzt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Tool, weil es eben kostenlos ist. Man kann kostenlos Leute erreichen und sonst muss man vielleicht Werbung schalten, etc. Und hier hat man einfach eine kostenlose Möglichkeit, an Leute bzw. neue potenzielle Kunden zu gelangen. Und das ist sehr, sehr gut. Was du auch hier für einen weiteren Vorteil hast, du hast hier eine sogenannte DM-Funktion. Ich habe es hier mal markiert. Und du kannst hier reinschreiben, ja, ich biete das und das an. In diesem Fall hier Trainings- und Ernährungsplan für 2020. Dann kannst du direkt reinschreiben, schreib mir. Das heißt, die Leute schreiben mir im Idealfall dich selbst an und wollen was von mir haben, wollen was von dir kaufen. Und du musst gar nicht auf die Leute zugehen. Ja, wollt ihr was kaufen, sondern die kommen dann zu dir. Und je nachdem, wenn du jetzt beispielsweise, ja, wieder das klassische Hundebeispiel, ja, du willst das perfekte Halsband oder das perfekte Verhalten für Hunde, damit sie zahm werden, und auf dich hören und Sitz machen, wenn du Sitz sagst. Schreib mir dann, wenn du diesen Hunde-Trainingsplan haben willst, als Beispiel jetzt. Dann schreiben Hunde interessierte Leute, wenn du hier immer Bilder zu Hunden postest und so weiter oder Videos zu Hunden, schreiben dich dann an. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Dann könntest du hier beispielsweise deine Website, wir hatten ja im Bereich, beziehungsweise wenn es noch kommt, dann wirst du dieses Video dann verstehen. Im Bereich des Blogs oder im Videobereich der Homepage, da erkläre ich dann, wie zum Beispiel ein Hunde-Blog oder eine Hunde-Homepage zum Thema Hunde, Gasthygiene, etc. aufgebaut ist. Die würde dann, wenn sie jetzt einen Instagram-Account zusätzlich hätte, würde dann hier ihre Homepage reinposten. Und dann würden Interessenten, beziehungsweise potenzielle Kunden über Instagram auf die Hunde-Website kommen und da dann ebenfalls Sachen kaufen und deinen Gesamtumsatz steigern. Tutorial, ich werde euch zeigen, wie ihr mit TikTok ganz schnell und einfach Geld verdienen könnt. Und zwar gibt es da verschiedene Schritte für. Ich werde es Schritt für Schritt erklären. Und zwar braucht ihr natürlich einen TikTok-Account. Ich habe hier einen Account. Und dann braucht ihr Besucher, beziehungsweise Aufrufe auf diesem TikTok-Account. Ich zeige es mal ganz kurz. Bei mir war es jetzt so, in den letzten vier Stunden knapp 45.000. Und das hört sich jetzt viel an, ist es auch. Und das habe ich, diese 45.000 Aufrufe, wie man hier unten sehen kann, habe ich, obwohl ich nur 1.600 Follower habe. Das heißt, wenn man hier rauf geht, das ist nicht gefakt, vor vier Stunden hochgeladen. Und hier auch, vor vier Stunden hochgeladen. Beziehungsweise das sogar vor zwei Stunden. Das ist ganz aktuell hier. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr jetzt wisst, ihr habt jetzt hier 40.000 Leute knapp, fast 45.000, die das hier gesehen haben. Und jetzt ist es wichtig, dass man was daraus macht. Und zwar geht man dann hier aufs Profil, geht auf die Biografie. Und hier schreibt man dann die wichtigen Seiten rein. Und zwar ist es bei mir Instagram, YouTube und die Webseite. Und die Leute können dann einfach da raufklicken und kommen direkt auf die Webseite. Du benötigst einen Digistore24-Account. Den kannst du in zwei Minuten erstellen. Link dazu in der Beschreibung. Einen Internetzugang und etwa 30 Minuten pro Tag. Das Vorgehen sieht folgendermaßen aus. Du erstellst dir, wie gesagt, diesen Account. Link dazu in der Beschreibung. Oder du gehst einfach auf Digistore24, gibst du bei Google ein und kommst auf die Seite. Drückst dann auf Registrieren. Aber wir machen das gleich nochmal zusammen. Dann suchst du in Digistore24 auf dem Marktplatz nach Online-Geldverdienen. Klickst auf Jetzt Promoten. Und dann erhältst du einen Link. Und diesen Link musst du kopieren und kannst den dann posten. Und mit diesem Link kannst du dann Geld verdienen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeige ich dir jetzt live am PC. So, wir sind jetzt auf digistore24.com. Und jetzt kannst du dich hier entweder anmelden oder hier registrieren. Wenn du schon ein Konto hast, kannst du dich natürlich anmelden. Und wenn du dich registrieren willst, kannst du hier unten einfach dein Username, dein E-Mail und so weiter angeben. Und ich habe jetzt hier mal eine Test-E-Mail erstellt. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir melden uns jetzt hier erstmal an. So, und jetzt klicken wir hier oben auf Marktplatz. So, jetzt sind wir hier im Marktplatz. Und hier gehen wir jetzt bei Produktname, bei der Suche Online-Geldverdienen. Und jetzt kommen wir auf dieses Produkt hier. Online-Geldverdienen erfolgreich im Internet. Und hier sehen wir jetzt schon, Verdienst 100 Euro. Und das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir klicken jetzt hier auf diesen Link. Und das ist jetzt unser persönlicher Link. Den kopieren wir einmal. Und diesen Link fügen wir jetzt in eine neue Seite ein. Und dann kommen wir auf unsere Bestellformular-Seite. Und hier, hierüber kann man dann den Kurs buchen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal machen, klangen wir hier rauf. Und hier kommen wir dann zum Produkt. Und dieses Produkt sehen wir hier schon, kostet knapp 400 Euro. Und wenn dieses Produkt verkauft wird, erhältst du 100 Euro an Provision. Das heißt, du hast jetzt deinen persönlichen Link. Und diesen Link, den du jetzt hier kopiert hast, den postest du jetzt meinetwegen auf Instagram, auf TikTok, auf Google, einfach nur in irgendeiner Werbeanzeige zum Beispiel. Oder auf Facebook in einer Werbeanzeige. Und wenn irgendeine Person diesen Link anklickt und darüber das Produkt kauft, dann erhältst du 100 Euro. Du musst im Prinzip eigentlich nur zweimal klicken und verdienst damit dann deine 100 Euro.